läuft die line jo leute was geht ab heute steht bauen auf dem programm wir haben ja am 26 8 den dort wie es right contest bei mir am homespot in marinau die ganzen jungs waren schon fleißig am ackern wieder als ich drüben in amerika war und wir haben jetzt die wir müssen jetzt die letzten den letzten feinschliff sozusagen machen bevor es los geht am 26 mit dem fmb bronze event kmc dort wie es right unten in der infobox ist auch noch mal der link zu der facebook veranstaltung sind eigentlich fast fertig aber wir müssen alles noch wir müssen alles noch in den top zustand bringen also steht alles es funktioniert alles wir wollen natürlich nur das beste zeigen von der dirt wie es ist allerdings auch amateur contest also auch wenn ihr nicht auf fmb niveau fahrt könnt ihr gern rumkommen und am amateur contest teilnehmen je mehr da sind desto besser auch an zuschauern kommt alle vorbei hole ich den max ab und wir spinnen mal nach marinau wir sind jetzt in marinau an meinem spot und hier geht schon einiges voran die jungs kürzen jetzt gerade vom boner lock noch bisschen die seiten ein damit das alles schön gerade ist der max unser baggerfahrer und downhill superstar ist noch breiter machen weil wir müssen das alles noch gut in eine in eine ebene bringen die standen noch ein bisschen versetzt wir haben erst mal so gestellt dass man die sprünge erst mal probieren können probieren kann ob es halbwegs funktioniert wir machen aber jetzt die landung noch breiter damit man die noch schön in eine ebene stellen können und das macht er gerade ich zeige euch das ganze einfach mal was jetzt hier so abgeht was jetzt jetzt also bonaloc steht jetzt schön zurecht geschnitten ist jetzt gerade und funktioniert die drop landung habe ich letzte woche schick gemacht die geht auch richtig gut und jetzt geht es darum noch die letzten zwei sprünge ordentlich zu machen aber das ist noch ein bisschen arbeit also den part den ihr gerade gesehen habt das ist vor circa fünf oder sechs tagen passiert mittlerweile steht die line kann es mal zeigen hier werden die landung fertig gebaut an dem tag wo wir gebaut hatten hat es danach mega gewittert und hat die halbe landung wieder runter geregnet da wir gestern den ganzen tag und vorgestern die landung gebaut die ist jetzt um einiges besser für den großen buder bonaloc steht sonst steht alles jetzt hat man das problem dass wir fahren wollten zwar eigentlich alles fertig haben alles gerüttelt aber hier unten der boden war mega nass da die nässe durchgedrückt und war einfach wie als würdest du über eine matte drüber fahren also der boden hat einfach nachgegeben und jetzt nehmen wir hier den ganzen boden raus machen neue erde rein dann können wir euch den kurs preview für den kmc dort wie's right zeigen der am samstag hier stattfindet so sieht das nämlich aus sieht man das wie das wackelt die scheiße und das haben wir jetzt hier halt alles raus genommen weil das einfach übelst nachgegeben hat aber danach soll es laufen würde ich denken wir haben jetzt noch kalk versorgt und wir haben da kalk rein damit es da schön die nässe noch mit rausziehen dann normale erde drüber oben dann leben und dann wird das ganze mit der rüttelplatte verdichtet während der jim sein hähnchen ist red bull verleiht geflügel stich weißheit das geht aber wenigstens mal dass so was machst ja ja wo ist ja so No, take no right, ass Die Line funktioniert jetzt gut Es ist noch hier und da ein bisschen nass, weil wir alles frisch geschapt haben, aber es funktioniert richtig geil. This is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be. This is the end of you, after all that we've been through. Ah! Rapp! Läuft die Line! Hast doch gedreht! Obligatorisch aus Trissbauen. Ok nochmal, Kurspreview, droppin in, 3, 2, 1, GO! Fuck! Was ist los ey? Ich war neben dir. Ich hab gedacht, sie schaut richtig rein. Ich weiß aber jetzt woran es liegt. Ich weiß woran es liegt. Es ist weil du den Baum nur nach oben springst und nicht raced den einfach. Aber an sich war halt ein ticken später los, aber nicht viel. Ich denk das sieht mega sick aus. Das ist das Previewversuch Nummer 1. 3, 2, 1, drop it in! Nein! Nice! Haha, sick! Danke! Also der Dude ist mir auf jeden Fall übelst aufgefahren bei den ersten 2 Versuchen. Deswegen haben wir jetzt so lange gebraucht um endlich das Kurspreview abzudrehen beim 3. Versuch. Ich mach jetzt noch 1-2 Laps für euch. Was ist jetzt allein? Nice! Nice! Ist auch langsam dunkel, ne? Ja, langsam. Aber abends so Session ist immer am geilsten. Ja, kein Wind, alle Leute da. Man ist eingefahren. Sonne geht einem nicht so auf den Sack. So perfekt. Nicht so. Macht das Spaß, ey. Okay. Hab ich Bock auf Samstag. Jo! Jo! Alter! Das war ein Crazy Flip. Crazy Lazy Flip, übelst geboostet. Sanded. Die Boys von den S-Trails. Ich mach jetzt Feierabend. Okay, das war's. Line läuft. Zieh ein. Danke. Ich mach jetzt Feierabend. Ja, das mit so einer Line kann man auch machen. Wie man gesehen hat, die Line läuft echt ganz gut jetzt. Die rollt sich noch ein und dann ist es perfekt. War auf jeden Fall eine Menge Arbeit und deswegen ist der Vlog das Video so ein bisschen zerstückelt. Wurde halt an drei Tagen gefilmt, weil Regen und 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 wir uns einfach mal darauf konzentriert haben, dass wir das ordentlich bauen. Und es ist eigentlich auch echt gelungen. Und ja, ich hoffe euch hat das Video trotzdem getaugt von dem Baualltag und von der Test-Session. Lasst ein Like da, einen Kommentar, abonniert den Channel, haut rein. Wir sehen uns am 26.8. Dankeschön. 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 Danke.